Herzlich Willkommen zu einem weiteren Unboxing. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen den Philips WeCall. Es handelt sich hierbei um ein Bluetooth HD Konferenz Speaker für Smartphones. Mit diesem Gerät können Sie Ihr Smartphone verbinden und das dann als Freisprecheinrichtung benutzen. Aber schauen wir uns zunächst einmal die Verpackung an. Hier ist das Gerät abgebildet. Das ist im Prinzip ein klassisches Konferenz-Lautsprecher-Design. Gemacht ist das Ding für iPhone und Google. Auf der Rückseite sind nochmal ein paar nähere Funktionen beschrieben, wie 360 Grad Stimmenaufnahme, klare und natürliche Kommunikation. In der Verpackung befindet sich eine wiederaufladbare Batterie, ein Reise-Etui und ein USB-Kabel. Schauen wir uns dann einmal den Inhalt der Verpackung an. So, nachdem ich die beiden Klebestreifen durchgeschnitten habe, können wir auch schon in die Verpackung hineinschauen. Zunächst, wie bei allen elektronischen Geräten üblich, einige Dokumentationsunterlagen, aber die will ich jetzt nicht aufmachen. Des Weiteren liefert Philips noch eine Tragetasche für das Gerät mit, wo hier auch schön das USB-Kabel festgemacht werden kann und man das Gerät nur reinstecken muss. Machen wir mal das Plastik ab. Das Gerät ist schön klein, schön handlich, hat hier zwei Tasten für laut und leiser. Mikrofon stumm schalten, annehmen, auflegen. Hier ist noch die Einschalttaste, Verbindung über USB und Bluetooth Einrichtung. Wie ihr sehen könnt, relativ einfach und selbsterklärend aufgebaut, was das Gerät nun kann. Wie es mit dem iPhone verbunden wird, zeigen wir in einem weiteren Video. Hat euch dieses Video gefallen, so gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.